Geburtstagsfeier des Monats Oktober in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität in Barleben. Diesmal sind nicht gar so viele Gäste zu bewirten. Der stellvertretende Ortsbürgermeister begrüßt die Senioren und ermutigt sie, ihre Belange auch gegenüber der Gemeinde aktiv zu vertreten. Doch die meisten freuen sich auf selbstgebackenen Kuchen und das Programm der Kinder. Diesmal die Musikgruppe der Kindertagesstätte Gut Arnstedt. Wie es sich gehört, tritt aber auch die Single-Gruppe der Volkssolidarität auf. Freu dich über jede Stunde, die du lebst auf dieser Welt. Freu dich, dass die Sonne aufgeht und auch, dass der Regen fällt. Du kannst atmen, du kannst fühlen, kannst auf neuen Wegen gehen. Freu dich, dass dich andere brauchen und dir in die Augen sehen. Freu dich an jeden Morgen, dass ein neuer Tag beginnt. Freu dich an den Frühlingsblumen und am kühlen Winterwind. Es ist eine schöne Tradition, die Geburtstagsfeier des Monats. Und auch im nächsten Monat werden alle, die 70 Jahre oder älter geworden sind, herzlich eingeladen. Freu dich an den Frühlingsblumen und am kühlen Winterwind. Vielen Dank.